Jetzt kommt das Serum vom BB-Glow drauf. Das ist dann das hier. Das ist auch getönt. Das ist nur pure Feuchtigkeit, Pflege, Serum. Das wird jetzt überall punktuell aufgetragen. Und sie guckt auch auf euren Hautton, dass es die richtige Farbe ist. Genau, da gibt es verschiedene Hauttöne, wie beim Make-up. Genau. Unter die Augenpartie ein helleres. Na super! gotiser Viel Bis zum nächsten Mal. Genau, das ist jetzt haltinker. Überrasch adequately. Das ist ziemlich schön. Ich glaube, da war ein 만gemented Einzelbewerb mit ihr auf contagion. Ich habe inная charge gegen 166irs. Vielen Dank.